Hey meine lieben Brüchte, willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es bestimmt schon raten, es ist rankt. Uns fehlt jetzt genau noch ein Sieg, dann sind wir endlich eingerankt. Mal gucken, ob wir es in diesem Video schaffen oder ob wir... Ich hoffe es. Ich habe Angst. Also ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen, damit wir am Ende endlich sehen können, wie wir eingerankt sind. Und ich glaube, danach spielen wir wirklich, wenn wir rankt spielen, dann nur noch im Livestream, außer ihr lasst einen fetten Like da und mal fetten Kommentar da. Dann überlegen wir uns vielleicht noch mal, ob wir es durchziehen. Wenn ihr wollt mit dem Song, dann würden wir es zum Beispiel noch mal geben. Aber ja. Stärke ist bedeutungslos, wenn man sie nicht einsetzt. Kommt mal mit rein und dann könnt ihr mal gucken. Irgendwann, wie schlecht wir sind oder wie wir sind die Nachrichten, die ihr abgeht, eurem Charakter. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir den Sieg holen, dass wir fertig sind. Also ihr müsst wissen, wir sind bis jetzt, also ich zumindest, weiß nicht wie es bei dir ist, Chris, aber ich bin sehr happy. Sehr happy bis jetzt. Ja, ja. Unfassbar happy. Un-fucking-fassbar. Ja, ihr müsst wissen, ich bin tot, das müsst ihr auch wissen. Ne, ich muss aufhören, Hanso zu spielen, das wird nichts. Junk Red. Komm, jetzt bin ich, jetzt bin ich der Abfuck und jetzt fuck ich die Leute mal mit Junk Red ab. Schwitz bitte wie ein großer, ich bitte dich darum. Wir wollen einfach nur gewinnen. Wir wollen einfach nur gewinnen, bitte. Ich glaube, guck dir mal an, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, das wird nichts, ja. Ja, die drängen uns schon zurück, weil wir zu viel Schaden pressen. Vor allem, unser Tank rennt nur rum und boxt und gibt den Gegner eine Brofist und haut wieder ab. Also das ist super lustig, Leute. Ich weiß, das ist so ein dummes Spiel, aber ich frag mich, warum es einen Charakter gibt, der davon belohnt wird, wenn man Leuten, wenn man einen Brofist gibt. Ich frag mich ganz ehrlich, was ich bis heute dabei gedacht habe. War gut. Okay. Hat einer anscheinend von T1-Punch-Pan geschaut. Was für One-Punch-Pan? Wo ist das denn Fisting oder was? Was ist das Schaden? Oh, Merci. Lass schicken rum. Schieben! Schieb die Wand! Schieb die Wand! Oh, schön. Auffassend. Ah, nee. Wohnt noch nicht. Uh! Uh! Jawoll, aber... Oh, Alter. Das kriegt nix, das kriegt nix. Wir haben's überholt, aber nein kein barium wir wollen kein barium wir sind doch schon gebrochen leute warum könnt ihr uns hier in ruhe lassen wir sind doch schon gebrochen das gibt's doch nicht wir sind doch schon gebrochen leute was nie warum warum war vor allem die tracer geht nämlich nur auf mich wie ich gerade sehe nur die tracer die backline die viele von uns das ist die die davor dings gespielt hat sie die schwitzerin also egal wer sie oder was die jetzt spielt sie ist die schwitzerin schiebt den robo ich möchte nicht einen komischen perioden stellen die sich haben vielen dank auch auf tour hat man jetzt schon schieben schiebt schiebt ihr geilen schiebt unser fieler bekommt der mensch das ist der mensch ich schieb den robo mal schieb den robo mal ein bisschen wieder tracer hinter mir ja wohl schiebt den robo schiebt den robo schnell so wir sind wieder in führung jawohl wir wollen es einfach nur und die checkpoint haben wir auch jawohl super jo ja ja auch mal hier wenn es schafft ja ich habe gerade müssen unser die war endlich in euch und aufs rechtlich hinter euch da will der roboter klauen stehe ja sie sind uns überlegen so von gezahlen her vorgetübt ja ich ich rummischen bestien hoffe auf dass ich ein pack wir haben den robo wieder gibt's doch nicht das gibt's doch nicht was ist das für ein scheißdreck nein da hat mein reichen kaputt gemacht wie bin ich jetzt gestorben auch durch die war bom schnell auf zeit spielen das reicht schon komplett gerade hat schon komplett ab nur schieben 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 80 prozent und 81 prozent ich hoffe dass ich meine ulti jetzt schnell wie möglich wieder bekomme tracer tracer es von einfach nur schieben ja ich bin gerade dabei ich schiebe einfach nur wie ein weltmeister orisa lass uns bitte in ruhe und in frieden bitte jetzt danke für die hilfe weil ich wusste dass er sich auf mich fokussieren wird ja 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 aufpassen wir könnten gleich reaper irgendwo haben schieben unser reaper schieben schieben Aber ich musste mal ein bisschen abgehen, sorry, Leute, so herzlich, Leute, sorry, schieben, schieben. Oh, oh, Risa will mich ja mal ein bisschen, aua, oh, Risa, aua, heilige Mutter Maria. Nein, Risa, aua, 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 aua. Die Punkte gibt es nicht. Hehehe. Yo, Selbstverstörung, super. Schieben! Orange, gib den Saurus, gib den Mistviechern Saurus. Jawoll. Urklimativer führ ich jetzt bereit. Komm, Risa, hau auf. Und hat mich. Mist. Nein. 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 Schnell. Orisa's down. Ich schiebe noch, ich schiebe noch. Schiebe, schiebe, ich bin am weg, schiebe, ich bin am weg. Ich lauf wie ein Wilder. 16% Ulti übrigens. Umkämpft, umkämpft. Oh, hat mich hier die Luft mit dem Speer bekommen? Scheiße, wie weit ist meine Ulti? 60. Also wer auch immer Orisa spielt, da weiß, wie er die SS spielen muss. Okay, Orisa's tot, Orisa's tot. Merci, what the fuck. Mein Ulti ist noch nicht bereit. Weiter, weiter, weiter. Los, 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 komm! Mein Ulti ist noch nicht bereit. Ihr kommt von links aus dem Gebäude, glaube ich. Liebe Zuschauer, ob wir das schaffen, ne? Ich geb jedem von euch nen saftigen Knutcher auf ne Homo. Passt auf, von hinten, Tracer! Ja, ich bin grad so dabei, ich hab grad mal ein bisschen versteckt. Ich muss das mal gegen healen. Ich pushe gleich mal ein bisschen rein irgendwie. Scheiße, hier grad die Stellung irgendwie. Ich hab uns natürlich mal was geheilt. Hi Moller! Kommt schon, kommt schon! Nein! Ich bin tot! Mann! So nett! Weiter! Gegenhalten! Gegenhalten! Das heißt, wir müssen nur die Minute durchhalten! Bitte! Ich beschwere alle mächtigen Göttern und unsere Zuschauer glauben! Bitte! Er hat die Bombe an mir angeheftet, die Tracer! What? Jo und Reini! Hi! Hi Moller! Mollerasthof! Mollerasthof! Hi Daddy! Hi! Los! Los! Hi Daddy! Hi Daddy! Hi Daddy! Ciao Daddy! Robo! Schieben! Du hast recht zum Gang! Schieben! 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 Oh, das ist so ne Guuuutie, die ich hier habe! Ja, gönn dir! Hau raus! Oh, Reiner! Oh! Oh! Ich hab einfach Reinhards Ding gecancelt! Ich hab einfach Reinhards Ulti grad gecancelt mit meinem Schädel! Ich hab gedacht, bei euch sind sehr viele! Nein, ja! Okay, alles gut! Wir müssen jetzt noch einmal kurz ab, nur kurz erhalten können, dann ist vorbei bei den Koppel vorbei! Ja! Ja! Mal, let's go, ne? Wir alle sind zusammen! Oh, schön aufgeteilt! Schön überall von Flanken! Das ist gut! Oh ja, Bastion konzentriert auch mich! Bastion, Bastion! Oh scheiße! Scheiße! Tracer von hinten! Tracer von hinten! Tracer von hinten! Tracer von hinten! Oh ich hab Reinhardt! Wir halten! Wir halten! Wir halten! Wir halten! Da ist am Robo! Am Robo! Am Robo! Am Robo! Ich bin auf dem Weg! kommt jetzt ja wir haben es geschafft wir sind eingerenkt eingerenkt jetzt kam noch deutsch im heraus eingerenkt jawoll ja anerkennung vielen dank für euren mut ich muss ehrlich sein aber der hat es aus dem gegnerischen team verdient ja anerkennung kommen oh mein gott wir haben es endlich geschafft liebe zu ich ja auch wir haben erkennen kommen aber nur anerkennst bekommst ich weiß weiter so bin ich eingerenkt und silber silber 4 gold 4 oh mein gott aber es war jetzt endlich geschafft liebe zuschauer jetzt muss ich halt noch ein bisschen dps spielen dass ich auch gold komme weil das ist das maximum was ich haben will und dann würde ich sagen irgendwann mal machen wir mal weiter mit rank dann würde ich aber sagt eine andere klasse jeder von uns ja kann man machen deswegen liebe zuschauer wir haben es geschafft und ich hoffe euch hat das video gefallen das gerne ein like und ein abo da und wir sehen uns glücklich und fröhlich frisch im neuen video wieder ciao